Die Bauarbeiten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Münsingen haben begonnen. Die Ortsdurchfahrt in Münsingen-Bern ist heute stark belastet. Rund 18.000 Fahrzeuge durchqueren täglich das Dorf. Der Belag und der Unterbau der Straße ist sanierungsbedürftig und die Werkleitungen im Untergrund müssen erneuert werden. Die Kiepack Emmental mit Bauführer Rolf Neunschwander und Christian Bohnenblust setzen dafür die Teilprojekte 1, 3 und 5 um. Das Teilprojekt 1 umfasst den Neubau Kreisel-Rubigen. Das Teilprojekt 3 umfasst die Neugestaltung des Dorfplatzes mit Umlegung des Kreisverkehrs. Das Teilprojekt 5 Wichtrach umfasst die Erweiterung und Neubau der Kantonstraße südlich des bestehenden Kreises Wichtrach. Der Abschluss der Bauarbeiten ist im Jahr 2026 geplant. Kiepack aus gutem Grund Das Teilprojekt 5 Wichtrach. Und das Jahr 40 лет愚 Vielen Dank.